Hallo, ich bin Hanna und lerne für Bahnreise- und Mobilitätsservice bei den ÖBB. Willkommen in meiner Welt! Morgenroutine, Kaffee und dann geht's ab ins Getümmel. Mein Lehrberuf ist unglaublich vielseitig. Ich bin im Kundinnenservice, am Ticketschalter und im Bordservice unterwegs. Zum Kundinnenservice gehört nicht nur meine Arbeit am Ticketschalter als Reiseberaterin, sondern auch die Beantwortung von Kundinnen-Anfragen via Mail oder Telefon. Bei der Bahn gibt's immer was zu tun. Langweilig wird mir beim Zug abfertigen, Tickets kontrollieren und in der Zusammenarbeit mit unseren Kundinnen so gut wie nie. Und weil wir nicht nur dafür sorgen, dass unsere Kundinnen für ihre Tickets bezahlen, sondern selbst auch etwas verdienen wollen, gibt's monatlich gut Geld aufs Konto. Meine Ausbildung dauert dreieinhalb Jahre und das verdienen wir. Das war's von mir. Aber hoffentlich sehe ich dich bald wieder, wenn es heißt Zug fährt ab.